Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess, Princess, genau, Princess, wenn schon. Im letzten Part haben wir weiterhin nach Eulen gesucht und haben bereits ein paar weitere Herzteile gesammelt und... Sag mal, wird schon wieder Nacht? Wie kurz ist der Tag denn, bitteschön? Okay, ich hab grad Offscreen hier ein paar Stunden verbracht, aber das war im Menü. Und dann geht die Zeit doch nicht weiter, oder? Hm, ein paar Stunden auch nicht, ein paar Minuten. Egal, äh, weitersuchen hier, so, was gibt's hier noch zu erledigen? Ähm, auf dieser Ebene haben wir ja bereits alle Insekten. Ich will mal kurz mal die Insekten angucken. Es fehlen uns gar nicht mehr mehr so viele. Was ist denn das? Die, die ihr seid aber sogar schon komplett. Was ist das denn? Heuschrecke. Nördlich von Kakariko. Ah ja, ich weiß, genau, da, ich weiß auch, wo das Gegenstück ist. Was ist das? Marienkäfer. Dann kommt gleich eine Hirschkäfer. Nördlich von Schloss Hyrule. Bei Pharaon. Genau, und da weiß ich auch, wo das Gegenstück ist. Ah, da muss ich's überlegen. Nördlich von Hyrule. Da. Ah, da! Alles klar. Gut, wo die letzten Meinen sind, die da auch fehlten. Warte mal. Äh, muss ich gerade jetzt mit euch hier kurz. Guck. Ne, dann fehlt ihr nur noch ein Paar. Und das sind dann die außer Wüste. Cool, ich weiß, wo alle Käfer sind, ne, außer Wüste, weil sie sind nicht genau, wo die sind. Ah, Freunde, das ist doch geil. Dann wäre ich jetzt mal eben, äh, wie mache ich das? Ja, komm. Dann hole ich mir mal eben den Käfer da. Die Käfers. Die uns hier noch gegeben sind. Oh, voll schnell. Ähm. Den da oben bei diesem Riesengebiet, da weiß ich genau, wo der ist. Den hole ich ganz schnell. Da oben weiß ich nicht ganz genau, wo er ist, aber... Ich glaube, ich... An einem Baum müsste der sein. Ganz oben, da porte ich mich gleich mal hin. Bei Nacht, es wird ja auch gleich Nacht, da ist auch noch eine Geisterseele. Oh, äh. Passt das gerade alles perfekt? Das würde mir niemand glauben, ja? Und glaube, in dem Birnengebiet da unten, ich nenne es mal Birnengebiet, weil Luxleck-Link das auch so genannt hat, äh, da ist auch noch eine Geisterseele und ein Käfer. Du musst beide gleich schön holen können. Ist doch geil. Da kann sich echt niemand beschweren. Ich glaube, ich werde dann zum Schluss das in der Wüste holen. Die Vogelstatue da. Hier müsste es irgendwo sein. Hör euch schon was? Bleibt mir weg. Da, ich seh's. Da ist es. Boah. Das habt ihr bestimmt gar nicht gesehen so schnell. So, hier ist das Viecher, ne? Bleibt mir vom Leib, ganz ehrlich. Ha, zack. Oh. Alter Schwede. Ha, perfekt. Out. Gut. Einmal eben kurz von hinten auf Epona aufsteigen. Wartet. Wow. Und. Ja, auf in den Kampf. Gott. Sterbt alle. So, jetzt werde ich aber mal ganz schnell absteigen. Um mich mal schnell zu porten. In Epona drin vor allen Dingen. So, dahin kann ich mich gar nicht porten. Das ist doof. Ja gut, dann gehe ich einfach von da aus dahin, wa? Das sollte am schnellsten gehen. Epona, wir holen dich gleich. Ha. Geil. Alles wunderbar. Gibt es noch eine schöne Geisterseele, die ich mich schnell holen kann. Wird man dann auch. Ist das schon als Nacht? Gerade so zwischen Nacht und Tag. Gut. So, mit dem Monat geht es natürlich schneller. Äh, mit dem Monat geht es natürlich schneller, wollte ich sagen. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, bis dann habe ich Zeit. Ö, ö, ö. Und das seht ihr euch ja sowieso nicht, wenn ich darüber rede. Ach, das ist alles schrecklich. So. Daher müssen ich, äh, müssen ich, muss ich, ich muss mal noch die okkulte Kunst holen, ne? Hier bei Hyrule, das mache ich gleich auch mal. Letzte. Das hätte ich eigentlich schon mal machen können. Dann kann ich auch gleich mal schön Insekten abgeben, wa? Na, erst wenn ich dann fertig bin, dann gebe ich schon Insekten ab in Hyrule Stadt. Und nebenbei werde ich dann nochmal schön die letzte okkulte Kunst holen. Ist auch wunderbar. Ich glaube, ich habe da eben schon den Käfer gesehen gerade. Aber die Geister sehen ist mir gerade immer wichtiger. So, wow. So. Weiß ich noch aus der Erinnerung, dass hier eine war. So. Warte. Zack. Babam. Zack. Äh. So, zack. Geil. Okay. Fünfer brauche ich gar nicht. Äh, zum Wolf werden. Das brauche ich jetzt. Um diese Geister sehen wir mal so richtig schön von unten weg zu bashen. Komm her. Bam. Äh, daneben. Bam. Headshot. Double Kill. Moor Kill. Ultra Kill. Nach was nach Ultra Kill kommt, weiß ich nicht. Gut. Ähm. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Geister sehen. Vielleicht sogar eventuell sind. Aber die würde ich ja sehen von hier. Auf jeden Fall auf der Fläche. Da hinten, das weiß ich natürlich nicht. Ob da hinten jetzt noch welche sind, das weiß ich jetzt nicht. Ach, da gucke ich jetzt nicht nach. Habe ich jetzt keinen Bock zu. Von irgendein dieser Bäume hier müsste der Käfer sein. Gucken wir mal. Ich würde sie auch glitzern hören, ne? Ja, auch nicht. Vielleicht da hinten. La, la. Gut. Dann würde ich sagen, ja, gleich mal ab ins Birnengebiet. Ich glaube, ich werde mich erst mal nach... Ah, ich höre es hier. Glitzern. Wow. Da oben. Äh. Shit. Äh. Ja. Man, nick. Man muss schon... Trag. Wow. Was war das? Hä, hä? Also, zack. Baff. Baff. Noch mehr. Baff. Baff. So. Was für ein Käfer war das hier? Ich weiß nicht mehr. Und zack. Mal eben aus der Hand. Ein Hirschkäfer. Okay. Äh. Zack. Ja gut, dann würde ich sagen, porten. Hier haben wir jetzt alles. Ähm. Ich porte mich mal schnell hier hin. Äh. Nicht dahin. Dahin. Äh. Ja, von hier. Um mir schnell das Ding da zu holen. Und von da aus gehe ich dann in das obere Gebiet, hole mir noch eine Geisterseele und einen Dings. Obwohl, ist das schlau, weil ich laufe dann in Gefahr, dass der Tag gleich schon endet. Ist ja da quasi gleich, ne? Um die Ecke. Gut, dann gehe ich erstmal, ähm. Die Geisterseele holen. Mache ich auch mal eben als Mensch. Also mit Epona eher gesagt. Hallo Epona. Wie geht es Ihnen? So, und jetzt schön. Äh. Äh. Ich verarsche in Epona. Umdrehen. So, wenn es irgendwie noch Tag wird, ne, dann rastet es mich wieder aus. Aber dürfte eigentlich nicht werden. Ist ja gerade das Nacht geworden und ich wollte zuerst auch noch das Ding da eben holen. Also. Sollte ich das jetzt eigentlich ganz gut schaffen und meine Stimme versagt. Mittlerweile bin ich eigentlich wieder so halb gesund. Also meine Stimme geht mittlerweile wieder. Manchmal muss ich noch so ein bisschen hüsteln. Ja, so. Aber es geht schon. Stört. Körperlich ging es mir die ganze Zeit gut. So, nämlich irgendwo hier. Da hinten sehe ich sie schon. Äh, wie kommt denn da jetzt hin? Das war nämlich auch an so einer Kante. Das weiß ich. Deswegen bleib mal gehen. Lieber kurz hier. Oben. Oben. Da ist sie. Ich weiß, wie ich hinkomme, aber ich bin ganz so blöd zum Reiten. Mann, du scheiß. Vogel. So. Du bist mittlerweile gar keine Herausforderung mehr für mich. Oh, du lebst noch. Zack. So. Und. Geistesseele, den Gar ausmachen. Komm her. Zack. Äh. Daneben. Zack. Mann, ihr seid gemein, ihr... Voll seitlich. Ganz komisch. Oh gut, wir haben eine Geistesseele. Ich kann mich nicht beschweren. Bam. Wow. Wo dann hin? Mann, was geht denn hier ab, ey? Uäh. So, und irgendwo hier war noch der zweite Käfer. Ich muss jetzt leider überlegen, wo ich jetzt sage. Ich muss überlegen, wo war das hier? Ja. Volltreffer. Bleib beim ersten Mal. Okay. Wusste ich nicht, dass er hier war. Ich wusste, dass er irgendwo... Mann, jetzt ver... Hisst euch doch mal hier. Ist ja echt nicht zu fassen. Also ich wusste, dass ich hier in so einem Baum war, an dem man mit einem Greifhaken machen muss. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es hier gleich war. Gut. Kann mich nicht beschweren. Äh. Bleib hier. Bleib hier. Mann. Was war das? Ein Nashornkäfer. Können Nashornkäfer fliegen? Hm. Ich kenn mich bei Insekten überhaupt nicht aus. Es tut mir echt leid. So. Dann zurück nach Throne. Um uns schnell die Eulen-Statue zu holen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein Herstteil mit inklusive war. Aber wir werden sehen. Da steht ja 400 Rubine gleich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann werde ich gleich schon die Insekten abgeben. Dadurch kriege ich wieder unnötig viel Geld. Das kann ich dann alles schön spenden. Ach ja. Das Spiel füllt sich so langsam. Das ist echt schön. Äh. Was muss man denn noch so machen dann? Ja. Ich möchte ja eigentlich noch mal vorher das Momospiel das letzte schaffen. Und den letzten Fisch fangen. Ich stelle ihn das am besten an. Aber ich muss ja hier rein. Der komische Apropotyp. Hey. Genau. Hier waren wir nämlich noch nie drin. Da habe ich extra geheim gehalten. Hoho. Nein. Ich wusste schon nicht mehr. Gut. Bam. Ah. Zehner. Jetzt kann ich mich über Geld gar nicht mal so beschweren. So. Äh. Okay. Ah ja. Genau. Hier war so ein Loch. Ich erinnere mich. Es hatte sogar was zu sagen. Dann müssen wir da das Ding reinmachen. Aber das Ding spawnet ja eh wieder woanders. Deswegen hole ich mal schnell das Ding. So. Das Ding. Das Ding. Wie oft habe ich jetzt das Ding gesagt? Die Eulenstatue spawnet ja gleich eh wieder woanders. Deswegen hole ich mir erst mal das Dokument. Oder das krumulanische Zeichen. So. Hört sich doch gleich viel besser an. So. Bist du hin? Da. Jetzt müssen wir es ja mal kurz einlochen. So. Oh. Extra cut ziehen. Unnötig. Und da können wir jetzt hoch. Ich glaube zwar, ich muss das per Mittner machen. Per Mittner Express. Aber. Soll mir recht sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich hier ist. Ist ja quasi eine Abkürzung, ne? Oder ob da auch noch irgendwie eine Truhe und Herzteil und sowas ist. Pfeil. Pfeil. Geil. Pfeil. So. Bitte wenigstens eine Truhe. So. Herzteil drin oder nur? Nur nichts. Oh, gleich ein Herzteil. Cool. Herzteile gefallen mir. Apropos Herzteile. Fragt ihr euch auch, wann Luxe Lake Link endlich mal mit dem Let's Search Herzteile zu Twilight Princess anfängt? Ich weiß es ja irgendwie nicht. Und ich bin dumm. Gut. Jetzt kommen wir hier in noch nie erkundende Gebiete. Erkundende Gebiete. Jetzt sind wir auch schon wieder draußen. Gut. Herzteile abgestaubt. Ich kann mich nicht beschweren. Und jetzt? Müssen wir in die Wüste, oder? Jetzt haben wir alle Käfer außer die beiden aus der Wüste. Muss ich da gucken. Haben wir jetzt alles außer die Wüste? Ja, ne? Die beiden haben wir. Den haben wir. Den da unten haben wir auch. Das heißt, wir müssen in die Wüste. Oh mein Gott. Aber gut. In der Wüste ist übrigens auch noch ein... Hier ist niemand mit. Ähm. Ich suche mal in die Ecke. Da ist auch noch eine Geister Seele. Aber ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Müssen wir gucken. Nämlich gleich hier beim Spawner. Ist noch eine Geister Seele. Mal gucken, ob wir die haben. Ich weiß es nicht mehr. Coole Nasicht. Weilwand. Oh, das wird gleich zum Tag, oder? Ja. Aber das zählt, glaube ich, noch als Nacht. Ne. Die haben wir wohl schon. Okay. Sonst gucke ich später. Ach, übrigens, ne? Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Aber hier drin ist die Drillhöhle. Die Höhle. Das ist das schwerste Abschnitt des Spiels. Sind 50 Ebenen. Und das habe ich schon beschlossen. Werde ich nach dem letzten Tempel machen. Also, nicht nach dem Endbots. Aber es gibt noch zwei Tempel mit Herzteilen. Also mit Herzcontainern. Und ich möchte da gerne mit vollem Herzen reingehen. Ansonsten ist das Selbstmord. So, jetzt bin ich echt gespannt, wo die waren. Die Insekten hier. Eine war in so einer Kuhle. In dieser Kuhle da. Das weiß ich. Aber ich habe ja letztes Mal auch schon geguckt. Und irgendwie dachte, das Insekt meint. Nö, ich bin nicht da. Hier bin ich nicht. Das ist immer noch nicht da. Das ist nur so ein Fleck. Gibt es irgendwo noch eine andere Kuhle vielleicht? Das ist vielleicht eine andere Kuhle. Waren, ich verwechsel das einfach nur. Hm. Mystery. Wo war denn das? Da, da, da. Das haben wir auch schon mal aufgemacht. Ich werde jetzt einmal die letzte Zeit des Parts hier nochmal schnell damit verbringen. Um diese, 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 diese doofe Kuhle zu suchen. Überhaupt nach irgendwem zu suchen. Hier oben in der Ecke waren wir nämlich noch nicht so. Deswegen gucke ich mal hier vorsichtig nach. Nee, das ist eine bodenlose Kuhle. Die ist doofe. Ich weiß noch leider. Wow. Oh, echt nicht mehr, wo das war. Ich hab da so ganz grob bei Luxe Lake Link geguckt. Aber das ist auch schon lange her. Und hier spielte gespiegelte Version. Und na ja, ne. Es ist lange her. Darum war ja die Höhle. Ich erinnere mich. Boom. Bam, bam, bam. Grasen wir jetzt einfach die komplette Wüste ab. Wir durchkämmen die Wüste. Na, verstehe den Witz? Kennt der Witz? Ah, Spaceballs? Ich bin so alt geworden. Nein, der Film kam sogar lange vor mir raus. Also, bevor ich geboren wurde. So. Deswegen ist es dumm, das so zu sagen. Machen wir die Truhe nicht mitgenommen. Könnt ihr mir das mal verraten? Voll schlecht übersehen einfach. Na gut. Kann mich über 50 Rubine gleich. Kann mich über 50 Rubine nicht beschweren, da wir Geld noch brauchen werden. Würde mich aber dennoch mehr über die Insekten erfreuen. Ich kann doch schon mal gleich sagen, das hier sind übrigens, die wir hier suchen. Eintags fliegen. Richtig dumm, weil, naja, wenn wir hier mehrere Tage suchen, sind wir einfach tot. Nein, sie sind natürlich nicht in dem Spiel, aber... Naja. Ne? Sie heißen nicht ohne Grund Eintags fliegen. Hier ist eine Höhle. Da geh ich rein. Die ist so geil. Hallo. Die sind Slimes, ey. Bist du faul, mich zu verwandeln. Den macht jetzt Wolf plat. Bam. Überlebt alle, ne? Truhe? Keine Truhe. Keine Truhe für den Leon. Oh. Link, bitte. Aschut. So, ich behende nicht den Part, bevor ich ein Insekt gefunden habe. Eins war einer Kuhle und eins war an so einer Wand. diese Wand müsste sich ja eigentlich unten befinden. Wir kommen wieder hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Ich hab's voll versaut. Oh. Oh, man. Ich komme wirklich nicht mehr hoch. Oh, jetzt muss ich wirklich so ein scheiß Vieh hier holen, ne? Ist echt nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Aber hächelt, Link, eigentlich? Nö. Hm. Das wären natürlich coolere Hunde. Können ja nicht schwitzen. Und, äh, müssen natürlich hier schön doll hecheln. Hm. Na, egal. So, du scheiß Warzenschwein, ne? Wenn du jetzt hier auf Anhieb nicht funktionierst, dann dreh ich durch. Bumm. Buh, 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 buh. So, mach's kaputt. Bumm. So, wo ist, Mann, wo ist diese scheiß Coole? Das ist doch nicht wahr. Ist hier ne Coole? Hier ist ne Coole, aber das ist wieder die Coole, oder? Die ich aus dem Vorhen gegangen bin. Nein, da ist es. Da ist es. Es ist da. Es ist keine Lüge mehr. The Cake is no more alive. Komm her. Komm her. Nein, kein Blankziehen, Link. Du bist so bescheuert, ey. Nein. Da konnte ich's kurz nehmen. Nein. Komm. Hm. Hassung. Scheiße, wo ist es hin? Mann, ihr scheiß Viecher, ey. Das ist echt nicht zu fassen. Wie er mir grad auf die Nüsse geht. Mann. Muss doch nur das scheiß Insekt haben. Komm. Nein. Jetzt hat Link nur das Schwert weggesteckt. Ich glaub nicht. Ey. Ihr scheiß Viecher, ne? Ihr geht mir grad sowas von auf den Nerven. Kommt raus hier. Und nervt mich nicht mehr. Es kommen immer mehr, ne? Es kommen alle von oben. Befehl von ganz oben. Mann, ey. Ey, das hört echt nicht auf. Mann, scheiße. Kann ich das Ding noch nicht holen. Oh, jetzt ist ein Sekt weg. Wo ist es hin? Ach da. Oh, Alter. Ihr geht mir so oft die Nerven, ne? Das glaubt ihr grad nicht. Ey, da kommen immer neue. Was ist das denn? Jetzt. Mann, Link. Bitte nehmen uns einfach nur die scheiß Insekt, ne? Mann. Eines liebe Weiblich. So, Freunde. Im nächsten Part haben wir noch die letzte. Und, äh, letzte und letzte. Alles wird zuletzt und letzt und letzt. Versteht ihr? Also, Freunde. Was zur Hölle. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.